Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wir haben hier einmal den zappelnden Seuche und den sprachlosen China. Deswegen hat er auch nur ein Auge und keinen Mund. Ja. Und so setzt zappelnden Seuche gar nicht rum. Er dreht sich ein bisschen auf der Stelle, aber zappelnden ist... Den Arm und den Beinen, alles gleichzeitig. Und jetzt noch eine neue Blaupause für noch einen Wassersammler aufgestellt. Ja, super. Aber es soll doch wieder Zeug sammeln. So, ich wollte Essen sammeln. Ein bisschen Rüsselkäfer und so jagen. Ah, hier ist auch schon einer. At least it's clean. Ish. Ja, wir müssen doch Bombardierkäfer jagen, ne? Wenn die... Erstmal essen. Erstmal essen. Aber es sind wieder... Dandeljongs gewachsen. Einen Ameisen kann man nicht essen. Nee. Nee. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. Weil sie, glaube ich, dieses Brenngift doch in sich haben. Es ist das gute Zitronenaroma. Spicy. Jage einfach ein paar Rüsselkäfer. Davon gibt's genug, ja. Rüsselkäfer jagen kann man immer. Marienkäfer kann man auch nicht essen. Es gibt sogar Anleitungen schon online, wie du eine Rüsselkäferfalle baust. Jodum, hattest du nicht die verbesserte Axt? Ja. Warum rennst du an dem kräftigen Unkraut hier an der Maschine vorbei? Schönen Ding. Weil ich gerade jagen gehe und nicht Unkraut sammle? Brauchst du Unkraut? Hack um, dann bring ich's halt weg. Oh. Nur wer hat dir eben festgestellt, dass wir nichts mehr zu futtern haben, dachte ich dann... So, lass mal lecker... So, lecker essen. Lecker essen. Dass da ein Unkrautstängel rauskommt. Du musst ja dreimal laufen. Dann hast du die falsche Rüstung an. Ja, ich hab die Kampfrüstung an. So? Ja. Du musst die Lootrüstung anhaben. Du musst ja... Den ganzen Loot hast, den will man ja mitnehmen. So, gleich sind die Rüsselkörper hier ausgestorben. Dann geh halt zum, äh, Sumpf. Weil wir sind ja nicht bei Echo hier. Ja, oder zum Teich, dann könnt ihr mal an den Kaul krasen. Schönen, was ist das? Ach Gott. Gibt's wieder ein bisschen Franz zum Frühstück. Wir haben einen neuen Mieter bekommen. Ja? Ja, gut zahlt. Oh. Geh auf das Glühwürmchen. Oh, wir müssen ein Glühwürmchen irgendwas bauen. Ja. Das heißt, wir müssen das jetzt töten? Ja. Das schaffst du schon, da bin ich ganz zuversichtlich. Ja, Yolum schafft das bestimmt. Was? Ich bin nicht da. Was? Ja, das macht uns gerade Licht. Und wackt sich unter die... Dann muss es bleiben. Wir finden sicherlich auch noch ein anderes Glühwürmchen. Na ja, fliegen genug. Wir haben vorhin zwei Stück da gehabt, das ist auf dem Weg zu Börgel. Perfekt. So. Erstmal schön den Grill anschließen. Oha, was hast du hier? Ja. Ja. Und dann macht er die Tür von der Hose zu. Das ist ja unfassbar. Ich dachte, du musst so hin. Das ist ja unfassbar. Für dich... Für dich... Kein Essen. Warten... Ja, flieg bitte wieder weg, du bist ganz schön laut. Mit dieser Schreie hin. Wie viele Äpfel ist das? Ähm... Wir haben zu wenig Feuerstellen. Hä? Die reichen vollkommen aus. Wenn die voll sind, das wird bloß schlecht. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass die Fliegenpilzbrocken beim Essen sind? Nö. Kann man also essen? Oh, kann man einen Bratapfel machen mit den Apfelbrocken? Keine Ahnung. Das muss ich eben mal ausprobieren. Ob man die auch braten kann. Man kann auch Pizze braten. Jetzt geht's los hier. Ne, kann man nicht. Man kann keinen Bratapfel machen. Das fange ich an. Ausgerechnet das gute Zeug, ne? In der Eben. Äh... Oh, Tine hat ja einiges mitgebracht. Ja, aber auch bloß dank Yolom. Weil er ist ja nochmal zurückgekommen von der Jagd und hat das Teil umgehauen. Ja. Das wollen wir lobend erwähnen. Mit seiner neuen Axt. Mit seiner neuen Axt. Sollen wir gleich nochmal schlafen? Ja, wir müssen noch eine Stunde warten. Nö. Aber ich bin ja schon müde. Oh ja, was essen wir vielleicht eine Idee. Vorher nicht essen. Nicht davor. Hä? Nicht davor. Nein, danach. Wo ist denn das Bett? Da. Du gehst heute ohne Abendbrot ins Bett. 21 Uhr 8 dürfen wir erst. Was heißt hier, es geht ohne Essen ins Bett? Äh, selbst wenn du dir vor dem Schlafengehen den Magen voll schlägst, du wachst mit der gleichen Menge auf. Als wenn du nicht zu ihr sehtest. Sehr zeitgeist. Sehr zeitgeist. Das ist eine Frechheit. Frechheit. Basketballkorb! Warum haben wir noch keinen Basketballkorb? Weil du noch keinen gemacht hast. Weil er wichtigen Ressourcen verschwendet. Wozu? Deko. Ja. Hier gerade ein... Gut zu brauchen bei diesem Spiel Tische und Sessel. Eine Deko. So ein Herd wäre gut, oder? Haben wir schon einen Herd? Ja. Aber um den effektiv nutzen zu können, benötigen wir noch zwei Bombardierkäferbrocken. Ja, dann weiß ich, was wir morgen machen könnten. Also mindestens Bombardierkäfer viele, viele abfarmen. Abfarmen. Weil, äh, man kann hier bloß mit Dörrfleisch, äh, braten, kochen. Hm. Warum? Keine Ahnung. Ich brab zu Hause auch nur Dörrfleisch. Können wir jetzt schlafen gehen? Nein. Warum nicht? Jetzt dürfen wir. So mit Absicht gemacht. Ja. Der Dach vergeht viel zu schnell. Oh, da wird man selber ganz müde. Das ist... Das ist wahrscheinlich nicht schrecklich. Äh, okay, was fehlt uns ja. Es fehlt uns wirklich am Magenhaut. Ich meine, das ist wahrscheinlich so, was bottledes Wasser ist. Wir müssen eigentlich bloß viel farmen jetzt, oder? Weil ich das jetzt mitgeklickt habe. Ja, da muss man ein bisschen was farmen gehen. Find. Und den Steinhaufengipfel finden. So, das ist wirklich gut. So, das heißt... Warum machen wir denn? Was machen wir denn? Magen müssen wir... Ja, ich wollte eigentlich Magenhaut, als ich das Unkraut gesehen habe. Was wird denn gerade so dringend benötigt? Magenhaut. Das ist für die bessere Flasche. Ich habe aber keine Schaufel dabei, glaube ich. Ne? Doch, habe ich. Ha. Ich glaube, ich habe sogar zwei Schaufeln dabei. Wie ist das, habe ich zwei Schaufeln? Keine Ahnung. Ah, da ist noch einer. Oh, die hat mehr Magenhaut gegeben, als die andere. Die war nicht geil. Das heißt, sie war dicker. Was ist die Schaufel? Eiche Schaufel, ja. Ich muss die Schaufel schon in den Boden stecken, ne? Ich muss die Schaufel schon in den Boden stecken, ne? Ne, wieder mit der Taste drücken. Aktion blocken. Ja, Aktion musst du drücken. Und dann haut er in der Luft rum. Da muss ja auch nach unten gucken. Da vorne ist noch eine gelbe Spinne, übrigens, ne? Iiiiih, nee, voll lange ist es genug. Ah, zwei Mann auf einmal ausgegraben. Kann er kann? Ja. Die Schaufel sind, wie sie Dinge tun haben und Leute zu sehen. Ich schaffe euch ja nur meine. Hier für eine Flasche habe ich zusammen. Gut, dann, äh, weitermachen. Und wie viel braucht man denn für eine Flasche? Drei. Wie viel? Drei. Ich habe fünf. Ich habe vier, haben wir ne? Dann haben wir alle. Dann machen wir die zu Hause mal schnell. Eher gesagt, China macht die zu Hause schnell. Oh mein. Wo ist der Blumending? Ist ja weg. Das ist ungünstig. Da, was ich? Oh. 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 Ja, man kann Sachen trinken, wenn man die Arme frei hat, ansonsten nicht. Müsste ich auch mal wieder... Ach, hast du den Saft getrunken eben? Ja, der ist mir gerade auf den Kopf gefallen. Dann hast du ja Glück, dass du noch lebst. Das heißt, ich bin nicht ertrunken dabei. Ja, oder ohne Helm. Und dann haben wir das... Achso. Es ist kein Frauenkrieg, aber es ist besser als nichts. Der Inventar. Gucken wir mal, was habe ich jetzt da alles? Ah ja, da könnte ich einiges in die... In die Kisten legen, wochen. Das ist jetzt ein großer Kram. Das hier da rein. Mal mit. Was habe ich denn eigentlich für eine Rüstung? Das und das kommt hier erstmal rein. Das hier. Crafting. Das hier. Was habe ich denn hier jetzt alles? Was habe ich denn das dabei? Aber Regenkäfer-Gesichtspanzer sieht ja mega aus. Einlagern. Einlagern. Ja, dann kann ich die alte wegtun. Ja, man muss die alte wegtun. In die neue kann man nichts einfüllen ansonsten. Wo ist sie denn? Ich sehe das Zeug immer nicht. Achso, ich habe sie in der Hand. Ach, da ist die neue schon drin. Das ist ja praktisch hier. Neue schon drin? Wie viel passt jetzt rein? Flasche Plus. Umfüllen kann ich bestimmt nicht. Ne. Ne, du musst ins Ding reinlagern. Wie viel haben wir jetzt reingepasst, Schena, bei dir? Keine Ahnung. Ich habe bloß das reingemacht, was in meiner alten auch drinnen war. Ach, du auch. Okay, dann müssen wir mal gucken. Wollte ja nicht eventuell jemand sein Trinken wegnehmen. Also Wassersuche. Ja, wenn wir jetzt alle auf Wassersuche gehen, wäre das lustig. Wir gehen jetzt auch auf Jagd. Was? Ich gehe erstmal auf Wassersuche. Hattest du keine Tropfen mehr in deiner alten? Doch. Aber? Ich habe eine falsche Annahme gehabt. Ich dachte, wenn man auf Ausgießen geht, dann ist da ein Tropfen auf dem Boden. Und du dachtest, das Spiel ist besser, als es ist. Wie so oft. Es ist ja schön, das Spiel, das muss man sagen. Aber in manchen Punkten... Mangelt es dir am Realismus, ja? Nein, mangelt es mir einfach noch an dem gewissen Coolnessfaktor, was man noch hätte easy reinbringen können. Ich bin schon bei vier Tropfen. Ich habe den ersten Tropfen, den ich finde, muss ich erstmal trinken. Vier Stück mehr nicht. Ja gut, aber es ist verdoppelt. Ja. Ja. Ich hätte aber auf eine schöne Runde fünf gehofft. Was ist denn eine Fünf und... Wie viele Finger hast du? Vier. Vier und einen Daumen. Und ja, man rechnet mit. Zehn. Nee, acht und zwei Daumen, oder? Ja, ich bin nicht die Spinne. Ich brauche doch nur Wasser und keine Spinne. Und du bestellst ja auch immer mit Spinne. Ja, ich glaube, ich spinne. Ja, genau. Shit, röpf, shit. Ui, ich habe bloß noch 22 Pfeile. Ich brauche noch ein paar. Kräfschirm. Okay, das habe ich. Das lasse ich mal da. Krämskrams. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo dieser Rasensprenger wäre, ich würde immer da hinlaufen. Hier sind die ganzen, ähm, übrigens, die ganzen Pusteblumenschirmchen, ne? Ich habe noch eins in der Kiste gefunden. Ja, ja, in der Kiste sind noch sehr viele. Ja, eins ist noch da. Ich habe mal ein paar neue Pfeile hergestellt. Wir sind bei Waffen und Rüstung. Achso. Was sind? So. Das kann ich hier reintunen. Was ist denn das? Das ist ein Blatt. Und das? Eine Larve habe ich gefunden. Ist doch schön. Aber kein Wasser. Da fand ich bestimmt zu fressen gern. Also wir haben ein Wasser-Tropfen inzwischen an einem unserer Wasser-Spender wieder. Schön. Aber es ist ein Blatt. Die haben wir doch. Egal, das ist mein Wasser. So, mein Saft. Jetzt habe ich immerhin keinen Durst mehr. Das ist schon mal ein Fortschritt. Warum kämpft es ums Überleben? Wie immer. Massen zum Spiel. Ja, ja. Also Wasser finde ich hier echt grässlich gelöst, muss ich sagen. In der Angelegenheit ist das ganz lustig, aber ich finde es auf Dauer so. Ich glaube, wir sind einfach noch zu langsam. Jetzt brauchen wir die Bombay-Päfer. Oder was braucht man denn für den Hammer? Oh, mit deinem Hammer. Das Ding hier ist viel wichtiger. Was für ein Ding ist viel wichtiger? Das Dörgestell. Insektenhammer braucht. Baumwanzenbrocken, Bärenleder und... Ah, ich hasse es. Ragequit. Oh, ein Insektenbogen. Spinnenbrocken, Spinnenfang, Spinnenseil, aha. Ja, Baumwanzenbrocken, Stinkeviecher. Ah, Gott. Wir bräuchten auch Bratwumst. So ein Bombay-Käfer, glaube ich. Das ist das, was wir uns denken. Stinkekäfer. Ja. Aber wir brauchen auch Stinkekäfer. Bombay-Käfer-Zweiburg. Das Dörgestell herstellen und mit dem Dörgestell können wir dann anschließend Dörfleisch fürs Kochen herstellen. Wir brauchen eh noch sehr viel. Wir müssten auch Marienkäfer platt machen. Wo ist denn Jollum eigentlich? Am Arsch der Welt. Ja, ich glaube, er ist eh schon in die richtige Richtung, oder, China? Hau jetzt meine Fackel an. Mann, 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 Mann. Er ist da lang. Bringt was zu trinken mit. Da ist der Wasser, denkt sie. Ich bin gerettet. Ich bin ganz viel meiner Träume angelangt. Oh, und hier liegen zwei Tropfen rum. Können wir nicht hier die Basis bauen? Wir können da hinten auch eine Basis bauen, ne? Ähm. Ich kann mit der Flasche... Hast du doch deine alte Flasche im Inventar? Warum sollte ich die alte im Inventar haben? Keine Ahnung, weil sie... Ach so, da. Ja, das war das Problem tatsächlich. Die machen leider irgendwie Probleme. Noch immer. So, jetzt geht es. Ne, ich hatte sie nur unten in der Schnellleiste ausgerüstet. Und er sagt dann, der Herr, das hast du ausgerüstet. Kein Problem, aber gut, er hatte natürlich den Sperr noch in der Hand. Oh, hier wird jemand vermisst. Na, alles gut da hinten. Ja, ich sag mal bloß ein paar Milbenpelze. Ach so. Fürs Magen. Hier die Pizza. Okay. Oh, fürs Kochen. Fürs Kochen. Ach so. Oh, meine. Also, weil die Sachen, die man da am Herd herstellen kann, die sehen sehr danach aus, als wenn die länger haltbar sind. Die sind so schön verpackt. Wusstet ihr schon, dass nach uns gesucht wird? Super, ich hab's hier im Bromadierkäfer. China hilft mir. Ja, ich weiß nicht, wer wen hat. Wir sind jetzt schon so lange weg, dass wir schon auf Milchküten gesucht werden. Yolom, bist du irgendwo hier in der Nähe? Äh, ich bin, glaube ich, gerade... Oh Gott, wo seid ihr denn? Ich glaube, ich bin am anderen Ende der Welt. Aber er sieht super aus auf der Packung. Ich frage mich nur, wo Nummer 4 hin ist. Er hat's nicht geschafft. Komm schon, du brauchst mich! Er hat auf die Stelle geschossen, wo er selber stand. Der Mistkerl. Ach, die Telefonnummer ist natürlich... Ach, du bist immer noch nicht auf dem Weg. Ja, weiß ich nicht, soll ich? Ich fand das hier eigentlich gerade ganz interessant. Ja, China ist tot und ich bin's auch gleich. Ja, bis ich... Ja, bis ich... Ja, bis ich... Ja, bis ich... Ja, bis ich da bin. Also, wenn ihr auf Jagd geht, ohne Bescheid zu sagen am anderen Ende der Garte... Wir wurden gejagt, beziehungsweise solch wurde gejagt. Ja, aber bis ich da bin, seid ihr auch tot. Also ist da nichts gewonnen. Aber solche wurde halt wirklich überrascht. Ja, ich auch. Und ich musste dann auch... Und die mich retten. Ich weiß, warum man die Kiffer... Also kann ich ihn schon verstehen, dass er sich sagt, okay, ich versuch's mal gleich. Ja, aber bis ich da bin, kann ich mal auf der Karte mal gucken, wo ich mich gerade aufhalte. Ist das irgendwie woanders. Ach, so weit ist die Distanz gar nicht. Wie ich das sehe, waren wir 60, nee, 100 Meter auseinander. Naja, gut, aber ich wusste nicht, dass wir abgemacht hatten, dass man sofort alle stehen und liegen lässt und dahin rennt. Haben wir auch nicht. Aber gut, dann halt fürs nächste Mal. Alles gut. Wäre anders gelaufen, hätte ich mich nicht zu blöd angestellt. Aber der wollte in den Nahkampf, der Käfer. Der macht dann plötzlich Artillerieangriff auf seine eigene Stellung. Nahkampf ist schwierig. Ist er noch immer da? Diese blöden Milben, warum müssen die denn angreifen? Machen sie immer. Ja, es ist nervig. Hier. Äh, läuft mal die andere Richtung. Wieso? Oh, die brauchen wir eh auch. Oh, ich bin auch gleich tot. Das sind die Momente, wo ich am liebsten Gasmaske hätte. Wir haben eigentlich noch keinen. Nein. Was brauchen wir dafür? Äh, die größten Käfer haben wir glaube ich genug. Alles andere weiß ich jetzt nicht. Ich verpiss dich, du dumme blöde... Oh, mein... Ich will noch Hilfe. Gib mir einfach eine Hand. Dieses Mistfee. Wollen wir um das Gas-Ding rumlaufen? Du hast doch noch fast vollen Lebensbalken bei mir hier. Oh, ich glaube ich habe gerade ein dickes Problem. Nee, geht noch. Ist immer noch der Stinkelkäfer. Er ist weg. Zumindest noch Gift. Ich glaube, kann man hier gleich mal die Milbe looten und die Ameise. Der läuft in den Ameisenbau rein? Das ist kein Ameisenbau. Glaub's mir. Ich glaube, das ist, warum sie dich ein Stink-Bug nennen. Oh, jetzt kriegt man ja genau. Wer ist in der Falle? Oh, zusammen mit Eger-Kratz. Das ist doch ein Eger. Kein Ausdruck. Ja, genau das hat er bei mir auch gemacht. Ja, ich hänge gerade fest, du Mistfee. Lauf doch. Oh Gott, ich... Wenn der Stinkelkäfer furzt. Ach, hier muss man aufspringen. Haben wir den Stinkelkäfer eigentlich schon erforscht? Keine Ahnung. Müsste ja dran da stehen. Inventar, wo haben wir das denn? Das ist ein Symbol. Hier. Baumwanzenbrocken. Anscheinend schon. Es ist kein Symbol mehr da. So, ich habe jetzt noch mal unser Zuhause. Das war... Rot. Rot, ja. Rump. Dann bringe ich mal das Zeug dahin. Wir müssen auch noch Saft sammeln. Was ne Aufregung. Was macht denn der Stinkelkäfer so nah da? Der ist ja normalerweise in dem verstinkten Gebiet. Den habe ich hergelockt. Nö. Die sind an mehreren Stellen. Ich habe ihn hergelockt. Ach nee, da hinten ist schon wieder eine Spinne. China wollen wir da durch nicht, oder? Oh nein, da sind mehrere und auch kleine Spinnen. Da links. Ich habe ihn mitmachen. Ich habe ihn mitmachen. Ich habe ihn mitmachen. Er bin mitmachen. Okay, na gut, wer wollte nicht schon immer mal Milben essen? Wenn sie nicht so klein wären. Vielleicht schmecken sie ja wie Hühnchen. Ja, aber den Pelz von denen? Ja, der wird, glaube ich, für das Verpackungsmaterial benutzt. Hoffe ich. Wenig. Dankeschön, Herr Rüsselkäfer. Aber es ist ja auch schön, wenn das Essen so ein bisschen pelzig schmeckt. Normalerweise flammt man das ja ab. Da noch. Saft. Klee. Bleibt doch mal einfach stehen und... Na? Akzeptiere dein Schicksal, Herr Rüsselkäfer. So, schnell was essen. Dann wieder was zum Essen aufhängen. Hm, ich esse das normalerweise. Ist das Düring? Ja, ich werde ich. Zwei habe ich wieder hinhängen können. Dann. Jetzt haben wir 3.000 Sammler. Ich glaube, das müsste eigentlich reichen, oder? Einer pro Person sollte im Normalfall ausreichen. Ich schaue jetzt, dass ich ein bisschen Saft herkriege, einmal fürs Dach und dann für die Bandagen. Dann sollte man auch mal ein paar machen. Ja, dem Saft suchen würde ich mich mal beteiligen, dass wir das Dach wirklich mal fertig kriegen. Ja, der Saft, den findet man ganz gut in der Nähe von dem Baum. B, Bauern. Das ist gut, wenn wir auch noch Saftfänger aufhängen würden. Das gibt es auch. Ja, ich habe bloß immer ein gigantisches Problem, wie man die sinnvoll irgendwo anbringen soll. Das will ich irgendwie mal nicht. Okay. Wir an Gras stängeln, weil sie nicht, aber ein so Unkraut stängeln vielleicht? Nee, nee. Die fangen den Saft auf. Also, das Harz. Also, wir müssen das am Baum irgendwie anbringen. Oder da, wo diese riesen Saftbrocken entstehen. Gibt ja auch in der Welt so große Schaft. So etwas größere Äste, die rumliegen, müssten ja eigentlich auch gehen. Also, hier ist auch ein Ast, wo auch richtig schön Zeug ist. Wie schon wieder ein Baum, aber, ne? Dieser Ast hier hat ja eben schon mal drei Saft bei sich. Das ist schön. Naja, da ist ein Saft. Oh. Ähm, Jollum? Ja? Guck mal auf du. Ach, haben wir erst eine halbe Stunde. Ist doch beste Schienerzeit. Ja. Ja, dann würde ich das einfach mal jetzt hier so mit in der Brutnik sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit den anderen beiden. Jo. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020